Vers 19 Anadimayantamanantaviryam Anantabahumshashisuryanetram Pashyamitvam diptahutashavaktram Svatejasavishamidamtapantam Anadi ohne Anfang Madhyamite, Antam und Ende Ananta unbegrenzt Viryam Herrlichkeit Ananta unbegrenzt Bahume Arme Shashi der Mond Surya und die Sonne Netram Augen Pashyami ich sehe Twam dich Diptah lodernd Hutashavaktram Feuer, das aus deinem Mund kommt Svetejasah durch deine Ausstrahlung Vishwam Universum Edam dieses Tapan tam Erhitzend Du hast keinen Anfang, keine Mitte und kein Ende Deine Herrlichkeit ist unbegrenzt Du hast zahllose Arme und die Sonne und der Mond sind deine Augen Ich sehe dich mit loderndem Feuer, das aus deinem Mund kommt Durch deine Ausstrahlung erhitzt du das gesamte Universum Erläuterung Dem Ausmaß der sechs Füllen der höchsten Persönlichkeit Gottes sind keine Grenzen gesetzt Hier und an vielen anderen Stellen findet man Wiederholungen Aber den Schriften gemäß ist die Wiederholung der Herrlichkeit Krishnas keine literarische Schwäche Es heißt, dass bei Verwirrung, Erstaunen oder großer Ekstase Aussagen immer wieder wiederholt werden Das ist kein Fehler Vielleicht kann ich auch nochmal eine gute Idee Untertitelung des ZDF, 2020